Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Runde von Rennendice mit Basti am Start. Wir sind wieder am Start mit fucking neuen Würfeln, Alter. Es gab ein Update und ich habe einen neuen Würfel dabei und da ist er auch schon direkt. Oh Gott. Aber der macht halt gar kein Damage, ne? Achso, ja, dann hätte ich vielleicht ein anderes Team nehmen sollen, weil bei mir ist es auch schwierig. Der muss sich erstmal aufwerten, Alter. Alter, das wäre so krass, wenn der sich jetzt schon auf 7 aufwertet, ne? Die werten sich immer weiter auf, bis ein Würfel rauskommt. Ach, das ist eine unbestimmte Zeit, ne? Komm, Alter, bitte. Hau direkt ein 7er raus. Man, ich brauche mal ein Dingswürfel, Alter. Ich brauche ein Kombo-Würfel dringend. Das ist einfach so OP, Alter. Das ist so OP. Als ob du schon 7er hast. Oh, ein 3er. Ach, es gibt von Runden. Wir gehen an schon zwei Karten. An die doch nicht. Oh, Bruder. Komm, gib mir einfach einen starken Würfel. Das ist jede Runde anders. Komm, Alter. Ich brauche irgendwie... Ich brauche, ich brauche es. 4. Achso, das ist Aufwertung. Nein. Ich habe kein Damage. Das ist nicht gut. Okay. Ah, der hat sich wieder auf 1 zurückverwandelt. Oh, 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 oh. Komm, gib mir einen 7er... einen 7-Kombi-Würfel. Komm schon. Oh, was ist das denn? Egal. Und jetzt gibt es erstmal SP. Jawoll. Wichtig, wichtig. Ich weiß aber... Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was sich upgradet, wenn ich der Upgrader. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber mit Combo-Würfels ist das glaube ich nicht so gut, weil da kriegst du deinen Combo halt mit. Ja, ich... Ich try den Würfel jetzt das erste Mal, ne? Also... Ja, ich sag dir immer. Okay. Schon wieder ein 7er? Sag mal... Okay. Ich hab ja schon eine 15er-Kombo. Na gut, du hast mir auch eher EXTEN-KRSP gegeben. 16 Karten. Ja, jetzt gibt es plus 3 schon. Für jeden Boss. Das geht immer für jeden Boss. Bei 5 gab es auch schon so... Das ist echt alles. Für Zwischenboss liegt es 2. Also ab 35 wird es... heftig, sagst du. Ja. Wenn nur 2 Bosser kommen. Ja. Das ist echt crazy. Das heißt, bis dahin muss ich mein Team vollständig machen. So viel es geht, ja. Das heißt, man kann jetzt auch viel... mehr Karten... Also man kann jetzt... Ich hab einfach 72 Karten in 35 Runden gemacht. Das ist echt Wahnsinn. Also man merkt, ich komme auf jeden Fall sehr schnell... Oh, der 6er ist gut, danke. I appreciate it. Weißt du, mit welchem Würfel ich diesen Würfel sehe? Sonnenwürfel? Den Sniperwürfel. Oh, ja, baby. Da ist es immer zu schwer, den Hut zu bekommen. Und da kann man... Da kann es einfach direkt reinknallen. Aber langsam krieg ich auch meine... Oh, nein. Ach, Jesus. Der kommt auf 15, aber immer, ne? Der kommt auf 30 erst. Ja, jetzt, meine ich, kommt immer auf 15, meine ich. Ja. Jetzt, ja. Ja, ja, ja. Puh. Aber da ist eigentlich ganz gut, dass er früher kommt, weil da hat er noch nicht so viel Leben, ne? Tididi. Ich hab halt die echten Bescheidung bei mir. Ey, Bruder, also, ne? Ich kenn's nicht anders. Uah! Oh, der muss sich jetzt mal langsam hier aufhörten, komm. Randa. Ja, toll. Super. Ich hab... Kann es auch sein, dass man viel mehr SPs bekommt? Schon früher? Hm, nee. Ich komm mir so vor, weil ich hab 9000 und ich kann nicht alles von deinen Dingern kommen. Ich brauch einfach nur ein fucking 7er Dingenswürfel. Dann ist hier... Jetzt kann ich arbeiten. Jetzt kann ich arbeiten. Ja, dann knall mal hoch da. Ich knall richtig rein. Tschad. 20 ist... 20 ist auch immer Magic? Nein. Wie gesagt, die haben's komplett verändert. Komm, tu mal was für dein Geld. Oho. Och, nee. Wäre geil gewesen, wenn das ein 6er-Kombi-Würfel wäre, aber der? Oh, 7er. Nice, das ist richtig. Komm, die beiden auch bitte aufwerten. Also, was heißt aufwerten, aber ja. Komm, 7er-Kombo. Ich sehe mich da. Solange die das noch nicht hart fixen, Alter, müssen wir das ausnutzen hier. Ja, das ist viel zu op. Oh, das ist gut. Scheiße. Ich komme hier nicht voran. Ich habe schon eine 41er-Kombo, ne? Oh, der Leon. Komm schon, rein da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bis auf der Silence-Dice würde das aber alles kosten, ne? Ne, warte. Ne, es würde... Hä? Es ist aber gerade alles in der Reihenfolge, so nur in den 5er-Schritten. Oh, nein. Ich hasse diesen Boss. Du, das ist, glaube ich, doch in richtiger Reihenfolge, nur dass es halt in 5er-Schritten jetzt ist. Echt? Immer. Ja. Dann müsste ja der Silence-Boss ja gleich kommen. Bei 5 kam Snake, bei 10 kam Silence, bei 15 der Knight, bei 20 der Magiken, bei 25 der Leon. Achso, aber gut. Und bei 30 kommt der, der normalerweise bei 60 wäre. Und deswegen ist dann ab 35 dann zufällig, weil dann alle Bosse durch sind. Ich glaube, dieser SP-Würfel mit diesem Codulation Damage, ich glaube, der wäre jetzt auch schon ziemlich crazy jetzt. Alter, ich habe 6.000 SP. Ich habe 15.000. Okay. Und ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit am Machen. Ah, geht doch. Ich habe eine 50er-Kombo. Oh, nein. Och, nein. Der neue Würfel kommt. Kommst du klar? Ich? Achso, nee, hast du genau, bei 35 erst schon, der sieht der neuen Würfel, was macht der denn eigentlich? Der spawnt Bosse. Kleine Mini-Bosse. Also, ich kann einfach so ein Night Spawn oder irgendwie sowas. In klein. Also, ich habe das 57er-Kombo, was wollt ihr von mir? Alter, ich habe 26, weißt du? Aber die kalten trotzdem extrem viel aus, so, oder? Oder auch Mecha-Fan. Alter. Alter. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie weniger Damage mache. Ich weiß nicht, warum es so das Gefühl hat. Ich weiß nicht, warum es so das Gefühl hat. Ich weiß nicht, man fragt sich jetzt nochmal so auf die Diversion hat schon gekriegt. Oh, nice. Immerhin. Also, ich habe gleich meine ganzen Felder mit Siebener voll. Stell dir mal vor, das wären jetzt alles Sniper. Das ist ja einfach nur crazy. So, jetzt geht's los, ja? Ja. Oh Gott. Da, guck. Schlange und Fragezeichen. Ach, du kacke, Alter. Das war jetzt noch eine normale Runde gewesen. Ja. Achso, nach Sticks und 30. Ja, also... Ich habe... Guck mal, wie viele Siebener ich habe. Basilisk und... Und Leon. Nee, nee. Snake. Achso, achso, achso. Ja, der hat Leon gespawnt. Das sage ich ja. Spawnt ja. Bei mir hätte bei mir... Achso. Jetzt hat der Snake gespawnt. Okay. Komm. Ich hätte... Ah, ich habe einen Siebener bekommen. Oh, guck mal. Achso, jetzt ist immer... Dazwischen ist immer eine Flüschenwelle. Ja. Also... Ich habe so viel SP, ne? Ja, auch. Und was soll ich damit machen? Oh nein. Und Schluss. Komm, Spaw, bitte Neid. Das wäre super. Komm, einfach mal Neid spawnen. Komm, Spaw, doch mal Neid, Alter. Spaw, nein, Neid. Ach, du bist doch echt... Alter, wir haben jetzt schon nach Welle 39... Komm. 40... Jawohl. Ach ja, übrigens, das haben wir uns auch verändert bei Magic. Und der braucht länger, bis er schießt ihn gut. Äh, ich kriege jetzt... Zwei... Und sehr... Also, jedes Mal runter, kriegen wir sechs Karten, ne? Ach, das ist echt... Ich sag ja. Karten sammeln ist einfach geworden. Ja, aber dafür... An sich sind die Boss ja schwer. Also, an sich... Es ist ja nicht leicht, die zu töten. Das sind ja zwei Bosse. Muss ja... Oh ja, Neid! Nice! Bei mir ist es sowieso Neid. Okay. Na, aber der macht das jetzt bestimmt noch... Ja... Oh ja! Was ist das denn? Kannst du bitte nochmal neiden? Na, ich krieg die Krise, Alter. 80 Karten. Nach Welle 41. Oder... Also... Ey, der... Also, der Würfel hat es ja mal richtig drauf. Holy Moly. Holy Moly. Habe ich schon mal gesagt, Holy Moly? Ne. Holy Moly. Also... Holy. Dann werde ich auf jeden Fall... Ich habe den Würfel jetzt auch. Alles klar, ich würde mal sagen. Den... Also, diesen... Also, diesen normalen... Braunenwürfel, diesen Beamer. Naja, den ich auch habe. Ja, genau. Den du auch hast. Und das Gute ist... Upgrade schon mal für mehr Krippschaden. Ja. Hab ja auch schon. Das ist auch mal der geile andere Neid. Das ist kostengünstig. 50 Gold auch. Wenn ich... 150... 400 Gold. Direkt mal auf 942. Ich bin froh. Okay, ja... Mal vorwärts, wenn ich mich decken. Das ist ja... nur dass die wirkdauer ich habe noch mal den aufwertungswürfel mal zwei also den schwächeren upgraden meine 900 prozent sind auch bald am start das einfach schon 935 jahre also wie brady und du also auf jeden fall werde ich den waffen 1015 hast du den methasenwürfel noch drin soll ich den rein tun ich meine man braucht den aufwertungswürfel ja nicht wenn man den 7 das ist halt die frage also ich hab ihn jetzt mal rausgenommen und ich hab den methasenwürfel die frage die frage die frage die frage Das wärs ey, einer. Ja, ja. Also bei mir hat sie noch nichts getan. Ja, gut. Sind ja auch 50 Sekunden oder sowas, ne? Na, also the guard is up. Oh! Oh! Hauptsache erstmal einfrieren, hab ich gehört. Wahrscheinlich. Komm, 7er Sniper, ich weiß, dass du das willst. 4er Shotgun. Oh! Bop! 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 Warte! Ich hab'n 7er Joker jetzt, aber ich hab' zwei Metallenpöger, also. Komm, Alter. Gib mir den Sniper 7er auf dem Bonusfeld, ey! Moooo geht es denn schneller wenn der würfel höher ist eigentlich meinst du was wenn er mehr augenzahlen hat und 3er shotgun ok nachdem würde ich gerne jetzt brauchen das ist ja bitte das ist ein paar dacke tschüss gerade gesagt schon bekommen sehr gut also der würfel hat auf jeden fall schon bei den test bestanden der ist einfach das ist einfach crazy sehr gut sehr gut sehr gut zack mein sniper ist immer noch da bruder was los mit dir jetzt nicht mehr 3 wirtschaften das gut ich habe es dabei wir wollen mein letzter Riefer sehr gut das ist wichtig es gibt sehr viel sp könnte man meine bitte sich jetzt hier mal verändern die durch heile hallelujah nicht dabei ohne den frostbüffel würde ich gar nicht laufen noch eine sniper rennen ich hab 10.000 sp ich hab 13.000 es ist crazy 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 ich hab ne idee was wir noch machen können kann nix machen genau nein komm mal da der muss jetzt irgendwie zum guten aufgewertet werden ab dem sp das habe ich überlegen so regenerieren aber ich meine mit dem der schaden habe ich gesagt ja keine ahnung naja komm mach kaputt ja toll super machen die überhaupt schaden die bei den snipers alter ich glaube die snipers machen nicht am buch so viel schaden was ist das denn was ist das denn oder ich weiß nicht ne ich glaub nicht ne toll in zweier davon kann ich mir nichts kaufen trotzdem hat es irgendwie funktioniert ja alles klar aber gleich kommt hallo Boris ja los geht ja los geht aber genium heute morgen zuvor hat leider nicht geklappt sorry ja mach's gut was macht er wir zocken random da es gibt neue Würfel ich hab so nichts geradehobe schild warte es geht nicht weiter bei mir was soll ich machen man ja ich hab kein internet warte ich werde gleich jede sekunde abgucken oh krass also ich hab kein internet was soll ich machen erzählt mir ich mache zwar damage aber nur wegen dem mit tasenwürfeln oh mein gott ja ja der bruder macht doch mal jetzt platte ich kann halt als ein nix machen die diskonnecten von der tschern block das hoch der direkt so weißt du ich glaube der brüste einmal geht es aus nein okay wobei wenn ich mal roter gehe steht da kein net aus klingt dann rot ne Blinkt der rot? Hallo? Ah, wie ich das liebe, ey. Ich bin, die also gute Snapper macht irgendwie kein Damage. Ja, also bei mir war es echt extrem anlackig die ganze Zeit, ne? Also das war ja, ne, danke, tschüss. Also ich fand die Snapper hat echt irgendwie keinen Schaden gemacht, keine Ahnung. Ja. Die machen halt an den kleinen, machen halt Damage, aber an den Bossen ist halt nicht so krasse. Aber, ich tue jetzt mal den SP-Würfel rein. Also ich wächst, ich lass mal mit Tassenwürfel und den Regenerationswürfel mit, ne, warte mal. Ja, keine Ahnung, wie du ihn machst, aber ich mach eben mit Tassenwürfel und den Regenerationswürfel, den Fremdweger hat mich nicht angeschrieben. Boah, der leckt wieder am Arsch, lass mir die Ruhe. Der ist beschäftigt, Alter. So, ich wollte jetzt mal gucken, was der überhaupt macht. Was macht der denn genau, wenn man den jetzt hier aufwertet? Wirkungsdauer, Wachstum, ach, Minus. Ach, krass. Ah, okay. Alter, der Mondwürfel, der ist aber auch gut, umso mehr Augen, der hat, ne? Mondwürfel? Ah, ja, oh! Der aber nachher, der passt zu der Korin. WTF? Ja, der hat sich Teilmaus. Was? Was eigentlich ist unsere Arena geworden, Arena Fortnite-Träger. 950. Wir werden diesen Würfel so auseinandernehmen, ne? Was war die Nummer? 950. Fortnite verschwitzt. Selbst, 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 selbst in den Superhelden-Modus schwitzen die rein. Okay. Na. Die, 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 die. Nur weil ihr den Venom-Skin haben wollt, Alter. Der ist auch cool. Ja. Was ist gar nicht, was den gibt? Den konnte man heute schon im Turnier gewinnen. Oh, Gott. Oh, Gott. Voll geil. Ich hab erst gedacht, bei der WoW kommt, voll die Quests und so, ne? Dann war das gestern schon. War das halt einfach dieses gestern von den T-Tüten. Das war gar nicht gewesen, irgendwie. Das war gar nicht besonderes. Ne, das war wirklich nichts besonderes. Die paar Quests gemacht und so. Das Herd von Aseroth 50 hab ich auch gemacht. Es geht wohl noch weiter, also du kannst noch weiter machen. Alter, ich hab'n 7 noch. Kriege hab ich jetzt auf Level 20. Hey Leute, jetzt redet ihr schon wieder, die RZ-Tüten, über die OV-Mann. Ey. Ich will nur Update geben, ja. Und ich hab' Level-Gear brauch' ich, hab' ich auch fast alles voll. Das Ding ist einfach... Ähm, die sind durch. ... in der Gilde. Wow. Ich bin schon wohlwollend, bei der Gilde. Nice. Und dann hab' ich gesagt, ich kann die Hose kaufen. Und was ist? Die Hose erst beim Gildenerfolg. Na dann mach' mal. Jetzt mal blut gesagt, wenn ich jetzt in eine andere Gilde kurz gehen würde. Dann bist du eh schon rausgegangen. Ja, aber ist mit Scott Cine, also Scott CTV. Ja. Kann ich dann einfach reingehen in eine Gilde und dann hab' ich einen Erfolg freigeschalten? Nein, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Bestimmt, oder? Weil, wenn die so eine hohe Gilde haben? Wenn die Ding gemacht haben, dann vielleicht. Ja, okay. Das wär' geil, weil dann würde ich dann auch direkt wieder rausgehen, dann würde ich bei euch reinkommen. Wie geht's du denn um diese Scheiß-Hose, Mann? Du brauchst den Scheiß eigentlich nicht, Mann. Ja, ich will aber mein Set fertig haben. Ich will das allgemein einfach haben, dieses App-Stück. Ja, das macht's. Ich hab' jetzt alles hochgeballert, Mann. Du machst das schon. Ah, ja, ich wurde dafür geblecht. Kein Gold mehr? Doch, doch, ich hab' noch einen. 6070.000, also. Sehr gut. Mega mal diesen Stärker. Ich kann einen tauschen auch gerne. Danke. Du bist Blast. Du bist zufrieden. Du bist zufrieden. 7946. ich wollte eigentlich jetzt gleich oder später oder heute generell Ruhei machen 7946 passi ja ich guck grad und ich glaube es gab auch Performance Update also für mich ist es irgendwie noch flüssiger geworden was sie ja sieben neun vier sechs Super Blatt Entschuldigung dass ich die ganze Zeit am gucken bin ich will ran man ich muss halt gucken was passen könnte ich hab heute noch die Wiederholung gesehen und ich muss sagen das sah ziemlich nach Cheaten aus wie du den da weggeklickt hast auf Apps ne also will ich ja nur mal so anmerken Welchen Apps meinst du? War doch Apps oder nicht bei mir reich ja doch Apps hinten Apps Boah das müsste ich mir angucken weil ich jetzt gar nicht im Kopf Also das war schon sehr verdächtig Tja das hat mein Game ne wenn du weißt jeden Korner und so wenn du abimst Also die Short Szene beziehungsweise ne? Gruppe um 20 Uhr 20 Uhr? Alter ich hab ein 5 war direkt bekommen Ich hab dort nie gescheatet im CSGO das baue ich noch nicht Habt ihr gestern gespielt oder was? Äh Wir haben gespielt ja Wir haben eine Runde im Office ne Boah da hab ich auch Boah da hab ich Digi-Klatsch gemacht den hab ich richtig gefühlt alter Ey was haben wir denn doch Office haben wir gestern gemacht ne? Office haben wir gespielt? Ja wir haben nur Office gespielt ne? Ja ja Eine Runde Ich hab ein 7er Nice Ein bisschen gespielt haben wir dann Holy moly Leute Die Runde wird krank Crank Ich find jetzt schon den 9 Würfel so OP krass Alter das ist Wahnsinn Ey du hast auch nen 7er Wow Basti Mehr Begeisterung Also wenn du den Dingens aufwertest dann geht die cool-time runter Ist ja cool Ist ja cool Ja Jawohl Jawohl komm Jetzt einfach wieder Jetzt 7er Goldschwert Hatte ich noch nie gehabt Geh rein da Los 7er Goldschwert Wir wollen es sehen Wir wollen es sehen Das klingt ja goldig Goldig Das klingt ja richtig Oder der Bassi ist heute in Fahrt ey ohne Scheiß Der ist richtig Der ist richtig auf dem Flieg Alter Ich hab kein Damage mehr Oh Gott Egal Nein 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 Oh Nein Der ist aber stark Uff Alter krank Oha Basti Oha Basti Oha Oha Knall die Hütte Knall die Hütte Basti Knall sie doch einfach Knall die Hütte Basti Oder knall die Tür Keine Ahnung Mach was du willst Knalle Geh Knalle immer Okay Sp 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 ist Sp ist That what I need Hey hey Boah schon wieder ein 7er Jokei Tja Der Joke dich ja nur weg Mensch Bissar richtig lustig Ich schenke den Knopf an Scheiß alter 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 Jetzt sind das ja 2 7er Momonde Ne Momonde 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 Am Anemone Guck den mal den Monden Damage an alter Ja guck mal alter Ich hab immer noch den 7er SP Würfel Und mein 6er Schwert Würfel ist auf dem Bonus drauf Das könnte ziemlich rein knüllen Würde ich immer ebenso kurz anmerken So ganz insgeheim So ganz so Ganz so Ne Also du weißt schon was ich meine So tschüss Wow Alter Alter Ähm Was mach ich jetzt? Nasenbluten Das Das Äh So Basti Ich hab Ich hab ein 6er Gold Ja guck mal bei mir 7er Sonne neben 7er Mond Das 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 ist so OP ne Das ist Ne Kannst du gar nicht Alter Ja Ich werd bei mir jetzt nix mehr machen ne Weil bei mir ist sie das schon Ja ich auch Oh ne scheiße Ich hab bei mir noch 2 7er Die könnten es noch kaputt machen Also mit 7er mein ich mit die 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 neuen Würfel Die sich noch ändern Und er hat es kaputt gemacht Tschüüüüöö Oh Ähhm Gigi Das meine Damen und Herren Was an dieser Stelle Man wird komplett gosen Oh scheiße Ich mache kein Damage mehr Und ich kann nichts ändern Warum machst du sowas pertaining Alles genau war ja du war ja running aber zum glück kommt ja gleich leon ein paar siegruppen nein der soll meinen ich verhindern ich hoffe ich bin einfach direkt aus dem leben okay bei mir kann das sterben bei mir kann ja das stimmt jetzt ja hoffentlich sonst bist du echt durchgefahren sieben gold nein nein alter nein leonardo kommen leonardo komm ran gerutscht da ist er oh Mist was ist passiert es ist vieles passiert ok geht wieder ja man kriegt einfach so schnell siebener zusammen mit diesen bürgeln das ist wahnsinn jo siebener komm jetzt gib mir auch irgendwie noch krassen siebener dazu oder ja ich muss halt voll auf sp gehen jetzt das ist ja toll oh nein oh nein oh nein du kriegst nicht mehr sp wenn du mehr von denen hast also allgemein hättest du eine regenerationswelle würde wenn dann noch mitnehmen müssen für den ich krieg sp wenn ich die leute töte ich krieg an sich sp aber dauert halt ein bisschen länger ich hab ja 16.000 schon jetzt ist der siebener manipuliert ja Jawoll, direkt zweimal Damage rausgekommen. Okay. Oh ja, komm. Gib mir jetzt einfach diesen heiligen Sieben-Goldschwert. Bruder, muss los. Komm. Zeig's mir. Ich weiß, dass du's willst. Okay. Okay. Finde war, okay. Ich glaube, so ein Leid würde mir jetzt aber auch nicht so... Man Leid würde mich komplett zerstören. Aber der Snack ist hundertprozentig da kommt und der Zweite ist zufällig. Ja. Oh, da ist der Siebener. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Damage ist da. Oh, wow. Bei mir kam noch ein Snake raus. Alles klar. Ja, ja, bei mir auch. Unsere Bosse sind immer gleich. Alter. Ja. Ich hab 24.000 SP. 35.000. Oh, tschücher. Ich mach halt nix mehr, weil ich hab halt... Mach jetzt schon 20.000. Ich mach... 20.000er Schaden mach ich jetzt. Schon. Der eine Würfel, der heilt trotzdem noch. Oh, Snaply Doodle. Oh, kacke. Oh, no way. Oh, kacke. Sollte sich ausgehen, weil ich hab jetzt meine Sonde raten. Oder? Echt jetzt? Ne. Ja, 72 Karten. Crazy. Alter, das ist einfach nur... Der Würfel ist so crazy. Ey, mit dem kannst du so viel machen, alter. Das ist Wahnsinn. Der kann halt... Das ist halt pro Run, ist eigentlich immer zweckigartig. Das ist eine Lippe. Was könnte man denn da noch machen, so? Ey, hier mal. Oh, Legendary Kiste. Ich hab nochmal für Gold gesettet. Aber ich hab keinen... Keinen Edelstein. Oh mein Gott, der auch! Alter! Warte. Oh, das versuch ich immer. 65, 15. Warte, 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 warte. Gibt eine längere Folge, Jungs. Neuer Dice und dann ab, die Post. Verlängerung der Folge. Mir egal. Eine Stunde incoming. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, bum. Aber ich finde das gut, dass YouTube jetzt nach und nach meine Videos voll monetarisiert wieder. Meine Streams. Weil ich ja... Weil ich die ganzen Streams in Überprüfung geschickt habe. Und heute sind zwei in Full-Monetarisierung gelangt. Hausnummer? Die Hausnummer ist 6515. Aber bitte richtig klingeln. Sonst werden die Nachbarn wieder nach oben kommen und mit Panzerfaust an die Tür kloppen. Was ist das? So, Leute! Wir tryen die Würfel, Alter. We tried so hard and got so far. Den auf sieben, Brudi. Wenn dat klappt, ne? Wenn dat klappt, dat meinst du? Ja, Mann. Wenn die auf sieben sind, Alter. Puh, Bruder muss los. Aber das darf halt nicht hier sein, ne? In der Mitte. Das ist ja... Da müssen die für außen sein. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich rauskommt. Ein Sechser. Ja, okay. Den auf jeden Fall... Ein Siebener. Ja, Bruder muss los. Und noch ein Siebener. Komm. Alter, ist der schnell. Also, ich bin jetzt schon safe. Komm, noch... Wir werden sich das nicht mehr verändern. Komm, noch ein Siebener. Noch ein Siebener. Komm schon, ich weiß, dass du es willst. Ja, danke! Oh, ich habe einen Sechser. Ich habe den zweiten Siebener. Bruder, ich bin so safe, ne? Oh, ja. Komm, bitte. Jetzt einfach den Kreiselwürfel auf sieben. Auf Bonusfeld. Und gib ihm einfach hart. Okay, jetzt kann ich erst mal upgraden. Jetzt habe ich auch noch ein paar Dinger, die sich upgraden können. Alter, wie schnell der Boss down war bei mir. Also, der kleine Mini. Ja. Komm, gib mir den Siebener Kreiselwürfel. Ich weiß nicht, wie der Würfler ist. Kreiselwürfel. Ich sag einfach mal Kugelwürfel. Kugelwürfel. Ich weiß schon nicht, aber scheiße. Nein. Habe ich da etwa gerade eine Truhe gehört? Ja. Ich mache alles, Brudi. Alles. Was für eine Truhe. Und Poker. 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 Okay, Dreierkreisel. Ey, du bekommst so viel SP. Das ist der Wahnsinn. Also, ich habe drei Siebener Joker. Also, ich habe nicht so viel Glück. Na. Na, ich habe 70 Cent in den Freispielen gewonnen. Yes. Randa. Nein. Er hat gechanged. Bitte change nochmal. Wow. Er hat nicht nochmal gechanged. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was er auskommt. Kann auch so ein Siebener auch nochmal sich verändern, ne? Ja. Doch schon, ne? Oh, ein Siebener, Fünfer, ein Dreier. Okay. Der Fünfer schmeckt auf jeden Fall am Anfang. Der ist nicht schlecht. Baut aus, es ist ein Einseil geworden. Aber der verändert sich auch nochmal. Oh, Sechser, der schmeckt auch. Komm, gib mir den. Ey, ich weiß, du willst diesen Siebener Kreiselwürfel jetzt droppen. Nein. Wow. also die die natürlich in drinnen sind da können ruhig die sieben mal ok wir fahren das ist mir vollkommen aber außen alter aus der film zum beispiel zum 7er kreisel bitte war der 6er schmeckt der komplett gut nein warum warum ärgert er mich so dass ich alles verändert hatte muss man jetzt wieder neuen rekord aufstellen das wird 80 kommen wir nicht mehr da ist sie genau kann okay 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 den kann ich so machen und ich habe zwei sind so ja ich sehe es doch 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 und zwei monate dazu noch es ist halt auch so wichtig dabei kosten auch das ist das akzeptiere ich das gut wo den 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 holi die kreisel sind am start bei mir auch alles ist ok dem prämien die habe ich umgewandelt jetzt habe ich 3 Euro 60 drauf gehabt und bin mit 10 Cent in Legacy drin geil schön auf ProCasters Digga sag ja ProCasters ist besser und Verlänger schade es ist auch eine aufgelen du angenehm angenehme aller es gibt viel zu schnell ich glaube ich glaube das könnte echt eine geile runde werden ja weil die kugeln machen ja deswegen ich warte nur auf diesen sieben kugelwürfel ja gut dann haben wir kommen langsam wird es ein bissel aber der freeze der freeze macht so viel mit den kugeln zusammen bei dir deine leiche so die kommen nicht weit du brauchst halt die kugel am besten in der mitte so weil da werden sie erst mal freeze also zwischen uns beiden scheiße der halt ja komplett hoch ach kacke ich habe ja einen sechser manipulator kacke habe ich gar nicht gesehen aber im moment kommt da raus meint sehe ich gar nicht also muss ich schnell tot schon ruckelt ein bisschen ne bei mir nicht bei mir schon 36 ich komme zwei bosse da bin gespannt auf die packen da ist der 7er der kotze ja ich weiß ganz ruhig basti ich habe angst und noch ein 7er alter ist jetzt ein scherz oder also das war jetzt kompletter das war kompletter int das war wirklich jetzt kompletter int egal du kannst du hast ja deine sechser noch vielleicht kommt da ja noch ein 7er wieder alter wenn du den joker da zu einem 7er machst du ab und und kommt 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 gibt mir ihr sind sie immer wieder ich meine komme back auf 7 Drei Aster sind in der Mitte, guck mal. Nice. What the hell? Oh, ich glaub, das shoppen wir nicht, ne? Ähm. Nee. Ähm. Oder? Freeze! Freeze! Alter, Leute, das ist jetzt ein Scherz. Komm! Mein Siebner ist noch da. Alter, guck mal, der Kugel-Damage. Der Kugel-Damage, Bruder! Alter, zu der Kombination, zu der Kombination noch Treibsand. Und ich muss auch noch Kugel spielen, Double Kugel. Dann sind wir jetzt weiter, als wir kommen, sonst, ne, ne? Ähm. Ich glaub, wir waren letztens schon da. Ja. Aber da haben wir geholen, ich glaub, dann werden die Sachen safe, Alter. Dann war zu nur Freeze und Treibsand. Ach, komm, Leute. Oh, komm! Was mach ich? Ja, da muss ich für gehen, damit der Damage da ist. Oh Gott, bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Alter, ich hab zwei Siebener. Ja. Ja. Nein. Schade, Alter. Ey, krass. 41. Neuer Rekord, 41. Alles klar. Ich, äh, beerd die Folge. Ich sag schon, schade auf, wie er soll. Bitte überlebt, bis ich schade auf die Folge von RandomLine. Ich wollte es so schnell pipi, Alter. Tschüss. Okay, tschau. Was ich so schnell oder nicht meinstig so schnell wird,рем personal in Aspeuth nicht durch die Folge von